Nachdem das Bündnis Sarah Wagenknecht Ende Oktober zunächst als Verein vorgestellt wurde, steht heute die offizielle Parteigründung an. Um 13 Uhr wird das Führungsduo mit Wagenknecht und vermutlich der ehemaligen Fraktionschefin der Linken im Bundestag, Mohamed Ali, vorgestellt. Ende des Monats soll dann neben dem Gründungs- auch der Europaparteitag der Partei stattfinden. Am 9. Juni ist bereits die Teilnahme bei der Europawahl geplant. Die 54-jährige ehemalige linken Politikerin Wagenknecht könnte damit die politische Landschaft aufmischen oder aber auch eine Bruchlandung erleben. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken. Die Anleitung dazu, die wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen.